Herzlich willkommen zu einem neuen Handyvlog. Stefan und ich sind unterwegs und es geht ins Kino. Wir wollen uns den Film The Creator angucken. Ja, wir wissen selber noch gar nicht so viel darüber, außer dass es um eine künstliche Intelligenz geht, die man von den Menschen nicht mehr unterscheiden kann und die wohl eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Ich weiß darüber eigentlich gar nichts. Es war auch nur ein Versehen, dass ich die Tickets gekauft habe, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass Steven Spielberg da was mit zu tun hat. Das muss irgendwie ein Fehler gewesen sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich auch. Ich wollte mir den Film so oder so noch angucken, weil ein Schauspieler da bei einem anderen Film mitgespielt hat, den ich ziemlich gut fand. Und ich war lange nicht mehr im Kino. Zuletzt war ich bei, ich weiß auch, bei Herbstwetter, wie man merkt, windig, regnerisch. War ich ja bei Indiana Jones im Kino. Schon Ewigkeiten her. Und da haben wir gedacht, das passt heute mal ganz gut. Ja, ich war letzte Woche erst im Kino bei Mech 2. Ja, so siehste. Mech das Kino ist immer was Besonderes, muss ich mal sagen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, der Film ist einigermaßen gut. Und wo gucken wir den Film? Im Cinemax. Direkt am Bahnhof, dem sozialsten und saubersten Ort in Bremen. Ja, ist so. Der Bahnhof in Bremen ist nicht gerade das Beste. Aber es ändert sich jetzt gerade was. Ich bin ganz erstaunt, dass es hier einigermaßen friedlich geradezu geht. Und jetzt haben wir es geschafft. Regen hat aufgehört, der Wind hat aufgehört. Sonne scheint noch nicht. Aber brauchen wir ja eh nicht. Genau. Sonst gehen wir auch ins Kino heute. Weil wir es ja vorher schon gesehen hatten, wie die Wetterfeuerlage von diesem heutigen Tag ist. Das riecht mal eine Größe wie in Amerika, muss ich einmal sagen. Das wäre dann so mittel. Das, ich glaube, das ist... Oh, hier haben wir es ja gerade mal eine Sache da aussuchen. Gibt es ja auch Sherry Coke. Ja, dann musst du erst mal auf die Cola drücken. Hier, oder was? Auf Cola. 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 Ah, dann und Sherry Coke. Orange. Orange. Kirsche. Cool. Nicht verfügbar. Na super. Was gibt es noch? Orange. Ich nehme eine andere Marke. Tut mir leid für die Verzögerung. Dann nehme ich... Was gibt es denn noch? Spreit. Spreit. Vanille. Orange. Orange. Kirsche. Auch nicht verfügbar. Wofür bezahlt man eigentlich sein Geld hier? Es war ganz einfach den Film auszuwählen, aber es ist... Orange kannst du nehmen. Nee, oh. Mach ich aber nicht. Fusetay. Der nehme ich Fusetay. Der ist sehr verfügbar. Zitrone und Orange. Du gehst kein Pfirsich. Ey, ich verstehe das nicht. So. Letzte Chance ist Fanta. Oder ist das nur hier nicht verfügbar, diesem Automaten? So. So. Ein Liter. Dazu gibt es Nachos und Popcorn. Kleine Popcorn. Kleines Jumbo. Weiß ich doch. Stimmt. Hast ja bezahlt. Richtig. Das Essen hier war nicht genauso teuer wie der Film. Ungefähr. So. Bestens ausgerüstet. Eigentlich, wenn man es schaffen soll, geht es jetzt rein ins Kino. Kino 9. E 1314. Heute vor 10 Jahren zündete die künstliche Intelligenz, die zu unserem Schutz geschaffen wurde, in Los Angeles einen Atomsprengkopf. So. Zweieinhalb Stunden später. Ich muss sagen, der Film war richtig, 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 richtig gut. Also, ähm, ja, wir kannten nur den Trailer, aber ich glaube, du kanntest nicht mal den Trailer, ne? Nicht mal den Trailer. Ich habe nur ganz kurz was darüber gelesen. Und wie gesagt, für mich war es ein sehr guter Science Fiction Film. Endlich mal einen Film mit einer neuen Geschichte, muss ich mal sagen. Ähm. Ja, es ist halt nicht so was wie, guck mal, also ich, es ist schon echt krass. Also ich weiß noch, so eine richtige, die geilste Kinozeit war so meiner Meinung nach, auch wenn die Filme sehr im Internet auch oft gehatet werden, als diese ganzen neuen Star Wars Filme von Disney erschienen sind. Und auch diese Star Wars Story Filme, das war halt geil. Man ist reingegangen, weil man wissen wollte, wie es weitergeht und was noch so im Star Wars Universum passiert. Und das fehlt heute irgendwie bei Avatar 2 war es jetzt noch so, weil man da wusste, wie eine Fortsetzung ist. Aber das ist ja ein alleinstehender Film. Wie nennt man das? Ein eigenständiger Film. Ja, da wird es nicht mehr was von geben, glaube ich. Das ist abgeschlossen, die Geschichte. Obwohl, ich kann es mir schon vorstellen. Also der Film bringt einen auf jeden Fall richtig zum Nachdenken, weil es geht dort ja um KI, AI und das ist ja heutzutage auch, also es war ja noch nie so fortgeschritten wie heute. Der Film ist auch gerade geil, finde ich, weil es ist ja ein Science Fiction Film. Weil der aber auch auf der Erde in der Zukunft spielt im Jahr 2065. Also der Film war Hammer, wirklich. Geht ins Kino, guckt euch den an. Der ist richtig gut gewesen. Hat mir auch gefallen, muss ich mal sagen. So, die Langweiligen nehmen die Treppe und ich nehme die Rutsche. Ja, dann viel Spaß. Na, rutsch mal schön. Ich nehme deine Schuhe dafür. Los geht's. Oh, man sieht ja gar nichts. Da ist er. Ja, dann bist du ja auch schon wieder. Wie war die Fahrt oder die Rutschpartie? Ja, ungewohnt. Gab's lange nicht mehr. Früher bin ich immer gerutscht und dann war eine Zeit lang immer ein Gitter davor. Das war ja mal die längste Indoor-Rutsche Europas oder Deutschlands, keine Ahnung. So, schulfrei, Freitag, jetzt kommt das Wochenende. Und wie ich sehe, Stefan, der heute frei hat, hat auch was gemacht, denn ich sehe ihn da hinten schon mir entgegenkommen. Naja, beschweren kann ich mich nicht, denn ich bin gerade sogar abhängig von ihm, da ich meinen Schlüssel dummerweise zu Hause vergessen habe. So, mal eben Kurs hier in Johns Vlog eingeschaltet. Ich komme gerade von der Stadt. Er hat mich gerade angerufen. Er hat schulfrei, was ist passiert. Schlüssel vergessen. Gut, dass Papa da ist. Da ist er ja. Na, wo kommst du her? Jacke gekauft. Was hältst du davon? Na ja, kann ich nicht ganz erkennen? Von welchem Designer ist das? Äh, von H&M. Das hat was feines, edles. Ja, was du kannst, kann ich auch. Stimmt, ich trage auch gerade eine Jacke aus dem Haar und Emma und meine ist besonders, weil die kommt aus Amerika. Nicht nur weil Atlanta draufsteht, ich weiß gar nicht, vielleicht kann man die auch in Deutschland kaufen, aber ich habe sie in Amerika gekauft. Ich habe 15% Rabatt bekommen. 15%! Ein Schnäppchen. Rentnerrabatt oder was? Dieses Buch hier kann ich nur sehr empfehlen. Eines der wenigen Bücher, die ich in meinem Leben mal so gelesen habe. Außer früher meiner Kinder habe ich natürlich viel gelesen. Aber dieses Buch hier von Sven Regener. Nee, das ist ja ganz falsch. Und dann machen wir vorne. Dieses Buch hier haben wir schon ganz lange. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein Buch von Sven Regener. Und heißt Herr Lehmann. Und Simon und ich gehen jetzt zu einem Konzert. Wo Sven Regener, der Autor dieses Buches, der Sänger ist und Trompetenspieler, glaube ich. Und die Gruppe heißt Element of Crime. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, hast du noch was dazu zu sagen? Ja, weil der Herr Regener, der ist so sprachgewandt und hat so viel Wortwitz. Der hat noch weitere Bücher geschrieben. Und auch Neue Fahr Süd, was in Bremen spielt und auch sehr amüsant ist, haben wir glaube ich nur als Hör-CD. Also stimmt, die Texte in der Musik, die wir heute hören, das ist das Wichtigste. Also der ist wirklich sehr wortgewandt und hat eine ganz tolle Ausdrucksweise. Ich liebe sowas, ja. Aber mit Kodderschnauze. Der spricht jetzt nicht so vornehm, wie ich mich immer bemühe. Sondern der klingt schon ein bisschen kodderig. Aber das macht ihn geradeaus, würde ich sagen. Ich muss jetzt aber auch los langsam, ne? Gut, sonst rede ich noch zu viel. Alles klar. Ja, Stefan hat sich nicht lumpen lassen bei der Beschaffung der Karten. Zweite Reihe. Also wir sitzen richtig dicht dran. Ich freue mich. Und ja, zur Feier des Tages nehme ich auch meine gute Joghurttasche mal mit. Oh Gott. Ich weiß, der Künstler weiß das nicht zu schätzen, aber... Ich auch, ne? Gut. Also. Kommt, du weißt so schlecht, dass ich meine Jacke heute zum ersten Mal anziehen, die ich heute gekauft habe. So. Ja. Was sagt ihr dazu? Wie sieht die Jacke aus? Sie sieht gut aus. Mach die Tür auch jetzt und mach mir nicht leckerlich hier so. Und mach dich vor allen Dingen leckerlich. Gut. Ich habe gute Laune, falls ihr das jetzt noch nicht gemerkt habt. Ich freue mich nämlich. Wir gehen zur Glocke. Eines der der wichtigsten Konzerthäuser in Norddeutschland. Mit Turnschuhen und mit Jeans. Ja. Das kann man machen. So. Könnte es besser sein? Ähm... Ne. Ich glaube nicht. Heute ist, ähm... Zu dem Zeitpunkt, wo das Video gedreht wird, ist das neue Assassin's Creed Mirage. Oder Mirage. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube Mirage. Erschienen. Und, ähm... Ja. Prolog ist fertig. Ich bin jetzt bereits Assassine. Und, ähm... Kann mir die Open World angucken. Ähm... Was ich auf jeden Fall gemerkt habe. Die Gegner sind eine etwas größere Herausforderung als sonst. Ähm... Ja. Ich spiele jetzt gerade keine... Ja. Es ist der erste Schlag kassiert. Also... Boah. Ich hätte ihn sogar töten können. Naja. Ich muss mich noch ein bisschen anfreunden mit der Steuerung. Aber... Ich finde es auch gut. Ja. Viele finden es wahrscheinlich nicht so gut. Vor allem, äh... Manche Eltern. Äh... Aber... Das ist ja egal. Dass es, äh... Farhala. Also... Hat mir gut gefallen. Farhala hat mir leider nicht so gut gefallen. Ähm... Und... Ähm... Ne... Nicht deswegen. Natürlich ist es ein Story Game. Aber... Ich kann jetzt keine ganze Mission hier spielen. Weil es natürlich ein Vlog bleiben muss. Ähm... Nicht einfach so. Und... Ähm... Ja. Ich würde sagen... Ich habe meinen Spaß. Stefan und Simone haben ihren Spaß in der Vlogre beim Konzert. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken und abonnieren. Weil das Video ist jetzt zu Ende. Äh... Ja nochmal. Wenn es euch gefallen hat, like und abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.